mein name ist ein ex und herzlich willkommen zu der nächsten folge von chivalry 2 heute werden wir auch denke ich mal wieder den räuber spielen wir haben den zweihandhammer freigeschaltet liebe ich ja persönlich und wir nehmen die dnax als zweites und gehen rein ich muss jetzt gucken wie viel ich in nächster zeit noch produzieren kann weil ich glaube dass mein prozessor ein hauweg hat weil ich leider ein aus der 13 generation bekommen habe oder gekauft habe und vorher nicht wusste dass der sonnen elektrizitäts problem hat er zieht so viel energie und wahrscheinlich selbst auf lange sicht ein bisschen kaputt gegangen und ich habe jetzt unter anderem vor allem probleme mit unreal 5 engine spielen und dementsprechend müssen wir da mal vielleicht gucken dass wir den prozessor einschicken und dann geht es bald hoffentlich wieder deswegen versuchen wir ein bisschen vor zu produzieren und unter anderem chivalry weil chivalry macht ordentlichste bock zack 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 umzingelt hier, Boys. Wo sind meine Freunde? Da waren auf einmal 5, 6 lieben Leute. Okay. Und ja. Das liegt leider bei mir demnächst an, dass ich die CPU einschicken muss. Ich hoffe, ich kriege vorher eine Ersatz-CPU. Das wäre halt eine Bombe. Was ist denn da? Leuchtet denn hier irgendein Hexenkessel? Was haben wir? Eine Schäde? Okay, wir haben Schädel irgendwie in der Hand. Das ist halt Halloween-Event, ne? Das ist halt nice. Ähm, gut. Probieren wir mal, irgendjemandem das hier ins Genick zu werfen. Zack! Schade. Schade. So, 101 ist immer noch schwierig für mich. Aber wir dem echt einen guten Hit gegeben haben, ne? Gerade läuft nicht so. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen mehr mit den anderen aufhalten, also mit unseren Mates. Aber wo sind unsere Mates? Am Turm? Wahrscheinlich irgendwo, ne? Da ist der große Pulk an Leuten. Oh, da habe ich einen von uns eingeballert. Okay, der ist tot. Super, da kommt aber die verstärkt... Oh, was war das? Katapult. Also gerade bin ich nur am sterben. Das fängt ja super gut an. Das fängt ja echt klasse an. Richtig, richtig toll. Aber so was muss es auch geben, ne? Solche rum. Über 22 Schaden macht das Ding. Schon mal tot. Findest du nicht gut, ne? Hehe. Batz. So, jetzt weg mit dem Katapult. Zack. Aua. Alter, der hat das Ding ins Gesicht geworfen. Hätte ich mal mit dem Kürbis getroffen. Oh, wir sind schon jetzt drin. Das ist nicht gut. Aber ein mit der Axt hier bewerfen. Ah, schade. Was ist denn das für eine Runde? Ich kriege ja nur aufs Maul. Aber wir halten im Moment ganz gut den Turm, glaube ich, auf. Aber trotzdem, ich kriege nur aufs Maul. Einmal heilen mit dem Kürbis. Ich versuche jetzt auch in den Turm zu kommen. Da kenne ich jetzt nichts mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, auf irgendwas anderes. So, zack. So, zack. Schon wieder ein Katapult. Warum? Herr, man entgeht wie dieses blöde Katapult mit. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Schon wieder der scheiß Katapult. Und wir können wieder nach vorne. Rein ins Katapult. Tötet uns. Ja, Katapult, wo bist du? Töte mich, Katapult. Okay. Ich bin auf dem Turm. Könnt mir gar nichts. Einmal verbinden. Na, können wir irgendwas treffen von hier oben? Zack. Boah, knapp. Okay, hier muss Stamina eben aufladen. Damit ich vernünftig blocken kann. Weil da kommen gerade ganz schön viele umkämpft. Töten mehr gehe ich in einem Turm als Freunde. Oh shit. Freund. Back, 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 back. Schade. Ich habe gedacht, den hätte ich noch bekommen, aber sein Freund hat ihn gerettet. Nein, man. Aber wichtig. Da ist noch einer von uns drin. Okay. Die Tore öffnen sich gleich, Leute. Macht sie nieder. Nein, ich habe gesagt, die Tore öffnen. den den daneben schlagen er ist über meine waffe gesprungen hat das einer gesehen jetzt aber da kommt schon wieder die nächsten tausend leute an der tritt ja noch vier so kommen der bruder wir müssen aber vorne feiern wir müssen von arbeiten sind aber nicht so gut diesmal die wurden schon 15.000 mal von katapult gekillt ich glaube jetzt gibt es keine katapulte mehr zu kurz nehmen uns immerhin schwert mit damit findet zwei verfahren oh mein gott füger man parkour hätte ich gemacht den bruder den habe ich ja richtig dominiert also sonst habe ich schon ganz gute falls sorry bruder hallo schön aufs fressbrett hallo das geschenk nämlich du 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 ich kann auch mein zorn bleiben kämpft mannen kämpft uff noch mal so ein schädel hier nehmen ich habe sogar getroffen glaube ich mir wurde gesagt ich soll auch noch mal mordhau probieren mordhau hat wohl einen ziemlich nice im pv modus können wir auch mal machen hier noch mal so ein schädel jemand gegen schädel werfen hier fangt aua ouchi ich weiß nicht ob das passt ich glaube nicht da einer auch angesprungen kommt schild und dings wir müssen hier an dieses diese ramme solange ich hier bleibe ist und kämpft noch hier 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 gut ein haben wir doch gekriegt dann wurden wir auch gekillt das hat uns ganz schön nach vorne gebracht jetzt ich will hier so ein kürbis sagen kürbis ich habe kürbis mein freund hier hier sind schon ganz schön weit und hab wow ja ja vernehmen wir mal zweites das messer sind hier oben los was genau passiert hier oben ist ja irgendwie klar dass die helft wenn die hälfte da oben rum hängt ich habe einmal mit der axt erworfen ich habe einmal mit der axt erworfen ne boah Kampfstab schade herunter gesprungen kam der eine kampfstab kann er was hier 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 ja ganz witzig wenn ich dann die dornen gelaufen gestorben doch nicht wirklich wir müssen uns wieder einen schädel mitnehmen ist so eine ungeschriebene regel nur overheads hat er geballert der mord axt freund haben auch gekillt ein paar fotos machen ja da kommt man gar nicht raus muss irgendwie runter mein kürbis ist mitgekommen nein nein das traurigste was hier passiert wäre schade schade heilen einmal tröten wo kann man nicht hoch ich beschütze dich mein freund ich nehme mal seine axt wir können das aufhalten komm her komm her ihr könnt nicht gewinnen schade den ein typen hätte ich gehabt jetzt sind wir den hoch verteidigen da ist ganz schön schwierig an den hof noch erst und dann wahrscheinlich die dings jetzt passiert immer so viel scheiße in diesem game ist so nice liebe das ouchi 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 nice schön reingefindet schön reingefindet schön reingefindet getötet exekutiert die waffe mitnehmen zack wow jaja ja 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 die und happen wir hier irgendwo supplies ja okay no weggemacht er hier er ist halt cool Ah, nice screenshots Hätte Bock auf Einwand, Schild. Hier, fangt. Na los, Sir. Tschüss, Sir. Ohohoho, lowlife weggekommen. Ohohoho, der hat mir den Sarg ins Gesicht geworfen. This is game, ey. Holy shit. Der hat mir einfach den fucking Sarg ins Gesicht geworfen. Ich bin gestorben. Oh Gott. Okay, wow. Wir nehmen wieder unseren Kürbis. Oh, ist das witzig. Oh. Oh. Oh, was ist das denn? Oh. 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 Bam. Bam. Und bam. Oh. 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 nicht verbrennen hier wieder aufladen hier haben wir ein säbel oder so ein fälschchen wieder hart am struggeln auch hier irgendwie so was wir sagen ha 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 denn hier ein schwer schwer wir auch noch gar nicht spielt berg könnte cool sein nein hilfe der ist direkt hinter mir ich höre es doch oh nein wir müssen vollbacken erst nehme ich mir noch den kürbischen hey hey Bier! Oh nein! Ausstehen! Hilfe! Fällt der Leuchter von der Decke. Oh nein! Ich krieg kein Verband mehr. Wo krieg ich denn Verbände her? Hilfe! Dahinter? Ne. Einmal trötend für den König. Nein! Zack! Oh nein! 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 Mehr Theater ist Putney vici drös! Ok aber der kann man schon ganz nice muss ich sagen wo stehen wir denn immer noch weit oben auf platz 6 60 kills habe ich hier rein da habe ich mich ein bisschen in der situation begeben würde ich sagen eine minute nach kriegen wir das irgendwie das irgendwie gehalten wenn immer das messer das ist ein bisschen verloren schade aber wir haben gut gekämpft wir haben viele leute gekillt holy shit bis jetzt break through the chains go free me looking for change look of a pain pulling a mob